Initiativen, sein Umfeld ansehnlicher zu gestalten, aufzuhübschen, wie es heutzutage heißt, gab und gibt es schon so einige. Vor einigen Jahren nannte es sich in unseren Breiten noch schöner unsere Städte und Gemeinden und zog sich übers gesamte Jahr hin. Seit 2017 heißt es im Frühjahr für die Muldestadt Zwickau blüht auf. So erneut auch im Jahr des 900-jährigen Stadtjubiläums. Hinzu kommt diesmal noch ein vorab Großreinemachen. 2016, ursprünglich aus dem Ideenwettbewerb zur Stadtbildaufwertung entstanden, hieß es 2017 erstmalig, Zwickau blüht auf. Ganz nach dem Motto Urban Gardening wurden vor allem in der Innenstadt gezielt blühende Blumenoasen gesetzt. Initiatoren wie Macher erhielten dafür von den Zwickauern und ihren Gästen großen Zuspruch. Ebenso zeigten sich der Einzelhandel und die Gastronomen begeistert. Was liegt also näher, diese Aktion auch in diesem Jahr im Kalender zu verankern? So wird der farbenfrohe Spaziergang vom 24. März bis 14. April wieder durch die Innenstadt einladen. Bewährterweise ziehen dazu Gartenfachmärkte, Gärtnereien, das Stadtmanagement und die Stadt selbst an einem Strang. Erneut solle den Einheimischen und Gästen damit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden. Also die Leute können sich glaube ich auf ganz viele Highlights freuen, weil die Hingucker schlechthin sind, die Blumenbeete ganz einfach. Und man kann von 900, was die 900 Jahre Festjahr betrifft Zwickau, finden in der Stadt genauso wie den Trabant. Ein bepflanzten Tretputschwan, das ist wirklich das Eingangsportal zur Innenstadt. Und was zu Zwickau gehört, FSV, Sachsenring, Logo und noch einiges mehr. Ein Großteil der zu schmückenden Stellen stehen genau wie die Motive bereits fest. Zudem sei es allerdings möglich, dass sich Stadtteile in dieser Zeit der Aktion noch anschließen können. Beteiligt ist auch die Kultur Z mit dem Geschäftsbereich Tourismus und Märkte, die einen ganz besonderen und eigenen Blick auf diese Aktion hat. Gerade jetzt, wenn die Saison beginnt und die Stadt putzt sich heraus und ist überall schön und hat auch ein paar außergewöhnliche Aktionen, dann freut das natürlich auch die Gäste, die nach Zwickau kommen. Ja, und auch in diesem Jahr wird es wieder so sein, dass wir innerhalb der Aktion Zwickau Blit auf unseren Frühlings- und Ostermarkt haben und das Streetfood-Festival. Diesmal ist es genau umgekehrt. Erst der Ostermarkt am 24. und 25. März und danach dann das große Streetfood-Festival vom 6. bis zum 8. April. An zwei beziehungsweise drei Tagen wird es auf dem Hauptmarkt und dem angrenzenden Areal wieder reges Gedränge geben, werden die Stände der verschiedenen Händler dicht umlagert sein, es so manche Gaumenfreude zu erleben geben. Bevor die Innenstadt schick gemacht wird, soll es einen Zwickau Putzt sich raus Samstag geben, einen Subotnik oder eine Ramadama-Aktion, wie es früher und weiter südlich genannt wurde. Dazu soll am 17. März zwischen 10 und 14 Uhr nicht nur die Innenstadt unter den Besen genommen werden. Nähere Informationen zu den Treffpunkten sind über das Ordnungsamt zu erfahren.